Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Wow, was für ein Spektakel in Baku. Der große Preis von Aserbaidschan 2024, er hat nicht enttäuscht. Am Ende hat er wahrscheinlich nicht der schnellere, aber der bessere Fahrer gewonnen. Oskar Piastri hat es tatsächlich geschafft. Er hat die Sensation perfekt gemacht, hat Charles Leclerc auf der Strecke geschlagen, auf dessen Parade-Strecke und somit hat Leclerc mal wieder nicht geschafft. Die Pole Position in einen Baku-Sieg umzuwandeln. Zum vierten Mal ist er von Pole ins Rennen gegangen. Nie standen die Vorzeichen besser, aber auch heute hat es nicht geklappt. Im ersten Stint sah es eigentlich noch ganz ordentlich aus. Richtig gut weggekommen von der Pole Position, hat das Rennen angeführt. Piastri konnte die ersten Runden dranbleiben, konnte auch im DRS-Fenster bleiben, konnte sich immer wieder ransaugen. Richtig gefährlich wurde er nicht. Nach fünf Runden musste Piastri dann so ein bisschen abreißen lassen. Man hat gesehen, in der Dirty Air, da werden seine Reifen ein bisschen härter herangenommen. Er kann die Pace von Leclerc nicht mitgehen und am Ende des ersten Stints hatte Piastri tatsächlich schon sechs Sekunden Rückstand auf Leclerc. Was ist dann passiert? Das ist die entscheidende Phase des Rennens. Sergio Perez hat vorne an der Spitze auch richtig gut mitgehalten. Der hat da die Boxenstops eröffnet in Runde 13 und dann wurde es da richtig interessant. Der ist in den Verkehr reingekommen und deswegen haben sich die weiteren Boxenstops da etwas verzögert. Und er ist nicht nur in den Verkehr reingekommen, er ist hinter Lando Norris gelandet. Und jetzt haben wir so viel über Stallorder bei McLaren gesprochen, wie Piastri für Lando Norris fahren muss. Und jetzt musste tatsächlich Norris für Piastri fahren, denn der war auf einer anderen Strategie unterwegs, von weit hinten gestartet, auf dem harten Reifen im ersten Stint. Und der sollte dann Perez aufhalten für Piastri, damit der den Undercut nicht machen kann. Und das hat Norris mit Bravour gemacht. Am Ende hat uns Andrea Stella, der McLaren-Teamchef, sogar noch gesagt, 50 Prozent des Sieges von Piastri, die gehen sogar auf das Konto von Norris, weil er da Perez hinter sich gelassen hat, ihm viel Zeit gekostet hat. Und deswegen konnte Piastri noch zwei weitere Runden draußen bleiben, hat in Runde 15 seinen Stopp absolviert. Und dann, eine Runde später erst, ist Charles Leclerc gekommen. Zu diesem Zeitpunkt, ich wiederhole es nochmal, hatte Piastri sechs Sekunden Rückstand auf den Ferrari-Piloten. Und dann, eine Runde später kommt Leclerc, fährt aus der Box raus und Ferrari hatte erwartet, ja, zwei Sekunden hinter dir ist jetzt Albon auf den harten Reifen. Dahinter ist dann Piastri, aber nichts da. Albon war direkt hinter Leclerc und am Ende der Runde war schon Piastri direkt hinter Leclerc. Jetzt fragt man sich, wie konnte das passieren? Und das war der erste richtig große Fehler von Ferrari. Man hatte den Undercut in Aserbaidschan unterschätzt. Man dachte, die harten Reifen, die würden sehr, sehr lange brauchen, um auf Temperatur zu kommen. Aber Piastri hat das sofort geschafft, ist aus der Box raus, ist eine Outlap gefahren, die sage und schreibe drei Sekunden schneller war als jene von Leclerc. Also, das ein extremer Fehler von Ferrari, dass man da zu lange gewartet hat. So hat man einen großen Vorsprung von Leclerc verspielt, aber er war ja zunächst einmal noch vorne. Bis Runde 20, da hat Piastri dann ernst gemacht. Am Ende der langen Start- und Zielgeraden ist er vorbeigegangen, hat Leclerc überrascht, wobei Leclerc gesagt hat, so überraschend kam es gar nicht. Er ist ja leicht versetzt gefahren, war nicht direkt in meinem Windschatten. Das heißt, ich konnte ihn im Spiegel sehen und trotzdem hat sich Leclerc nicht stärker gewehrt. Das war wohl der größte Fehler an diesem Rennen und das hat Leclerc später auch zugegeben. Er dachte, okay, dann lässt er den Piastri jetzt eben vorbei. Er wird ihn sowieso wiederholen. Er dachte, er hätte die bessere Pace. Er dachte, es dauert nur ein bisschen, bis meine Reifen dann richtig im Fenster sind, die harten Reifen und dann überhole ich ihn eben wieder. Wir wissen alle, es hat nicht geklappt, aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, wie geil dieses Überholmanöver von Oscar Piastri gegen Charles Leclerc war. Super spät auf der Bremse. Piastri selbst hat gesagt, er war sich da nicht so hundertprozentig sicher, ob das noch klappen würde, ob er die Kurve kriegen würde. Er war so 50-50. Andrea Stella meinte sogar, er dachte, er geht einfach weit in die Auslaufzone raus und kriegt die Kurve nicht mehr. Er hat es tatsächlich geschafft. Wirklich, wenn man sich die Geschwindigkeitsgrafen anschaut, dann sieht man, wie spät er da auf der Bremse war und er hat die Kurve noch astreinbekommen. Also es war wirklich ein absolutes Sensationsmanöver von Piastri an dieser Stelle. Nach einer Sensations-Outlab, nach einer Sensations-Inlab. Also das waren die entscheidenden Runden beim Australier. Und dann, ihr wisst es, konnte Charles Leclerc das Ganze nicht mehr umdrehen. Der hat sich danach natürlich ordentlich in den Hintern gebissen, dass er sich da nicht stärker gewehrt hat. Er hat aber gleichzeitig gesagt, ja, mit den harten Reifen ist er nicht so gut zurechtgekommen, wie mit den Medium-Reifen im ersten Stint. War wahrscheinlich nur so die halbe Wahrheit. Fred Vasseur, der Ferrari-Teamchef, wollte das auch nicht so recht glauben. Er glaubt eher, das hängt damit zusammen, dass er dann eben in Dirty Air war und nicht in frischer Luft fahren konnte. Leclerc meinte auch, er hätte den Top-Speed des McLaren unterschätzt. McLaren mehr auf Top-Speed gesetzt, Ferrari mehr auf die Kurvengeschwindigkeit. Tatsächlich war eigentlich da gar kein großer Unterschied. Tatsächlich, wenn man sich die Werte angeschaut hat, war Leclerc sogar schnell an den Messstellen. Es war wahrscheinlich einfach der späte Bremspunkt von Piastri, den sich Leclerc dann später hat nicht machen trauen. Und es war natürlich auch so, dass sich Piastri dann sehr, sehr gut gewährt hat. Der hat immer die Innenseite abgedeckt und genau das hat Leclerc in der entscheidenden Runde nicht gemacht. Wir haben uns die Zeiten ganz genau angeschaut, wie nah Piastri an der Linie dran war an Leclerc beim Überholmanöver und wie nah später dann Leclerc da dran war. Und tatsächlich gab es ein paar Runden, da war Leclerc sogar näher dran, hatte einen größeren Geschwindigkeitsüberschuss, aber Piastri hat eben innen abgedeckt und somit konnte Leclerc nichts machen. Deshalb sage ich, Leclerc vielleicht der schnellere Fahrer, aber Piastri, der bessere, hat das richtig, richtig gut gemacht. Am Ende sind Leclerc dann auch noch die Reifen eingebrochen. Ja, das lag höchstwahrscheinlich dran, weil er gepusht hat die ganze Zeit. Es war ja ein epischer Zweikampf, wie die beiden da mal aus Kurve 16 rausgedriftet sind. Das hat an die 80er Jahre der Formel 1 erinnert. Es war sensationell und da muss man auch sagen, kann man froh sein, dass Überholen nicht zu einfach ist in der Formel 1, weil sonst wäre der schnellere Fahrer einfach vorbeigegangen und wäre dann wahrscheinlich davongezogen, so wie es im ersten Stint auch war. Jedenfalls sensationelles Rennen. Wir haben da 50 Runden beste Action bekommen und dann in den letzten zwei Runden haben wir nochmal Action bekommen, weil Leclerc die Reifen eingebrochen sind am Ende in der RTR. Und dann hat er das Ganze da weiter hinten zusammengeschoben. Nämlich Sergio Perez, der hatte auch ein tolles Rennen gefahren, hätte möglicherweise sogar gewinnen können, wie Christian Horner, der Red Bull-Teamchef, meinte und wie auch Perez selbst meinte, wenn er da eben an Piastri vorbeigekommen wäre. Aber ich habe es euch vorhin erklärt, Norris hat ihn aufgehalten. Weil Leclerc die Reifen eingingen, konnte also Perez nochmal richtig Druck machen, wollte schon am Ferrari-Piloten vorbeigehen, hat es nicht ganz geschafft und dann kam da von hinten, weil die Pace vorne nicht mehr so richtig schnell war, auch noch Carlos Sainz mit. Und ja, dann in Runde 50 ist es passiert, Sainz und Perez sind kollidiert relativ heftig sogar am Ausgang von Kurve 2. Da waren die beiden noch einen Meter auseinander und das hat uns Perez später erzählt. Das hat ihn besonders gewurmt, denn da waren Meter zwischen den beiden in Kurve 2 oder direkt danach Kurve 2. Und wenige Meter später, naja, da lagen sie dann ineinander und wenige Meter später lagen sie dann auch in der Mauer. Schuldfrage? Hm, schwierig. Ist Carlos Sainz ein bisschen weit rübergezogen in Richtung Sergio Perez oder ist Perez weit rübergezogen in Richtung Carlos Sainz? Und die beiden haben sich dann verhakt, sind nach links abgebogen. Heftiger Unfall, Rennen war für beide beendet. Ja, natürlich haben es die beiden Lager unterschiedlich gesehen. Christian Horner meinte, er wäre schon enttäuscht, wenn es da keine Startplatzstrafe für Sainz für das nächste Rennen in Singapur geben würde. Auf der anderen Seite hat man gesagt, naja, Moment mal, Sainz ist die ganz normale Rennlinie gefahren, die man da immer fährt. Man fährt ein ganz kleines Stück weg von der Bande an der Stelle. Außerdem war vor ihm ja auch noch Leclerc, er hat versucht, da im Windschatten zu bleiben. Das hat Sergio Perez auch bestätigt. Er hat schon gesehen, ja, der Sainz, der wollte in dem Windschatten bleiben, aber Moment mal, ich bin doch da. Wie haben es die Stewards gesehen? Die haben gesagt, naja, kein Fahrer hat wirklich zum anderen rübergezogen. Am Ende war es ein bitterer Rennunfall. Am Ende haben auch beide darunter leiden müssen. Ich bin mal interessiert, wie ihr das Ganze seht. Witzig ist übrigens, dass die beiden sich schon mehrfach ins Gehege gekommen sind. An diesem Wochenende in den Trainingssitzungen haben sie sich gegenseitig behindert. Da waren ein paar gefährliche Szenen dabei. Es kam zu keiner Berührung, dann aber im Rennen. Die Formel 1 geht nach dem Singapur Grand Prix in ihre dreiwöchige Herbstpause. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du so lange ohne Racing auskommen musst. Ganz im Gegenteil, denn die DTM gastiert vor unserer und hoffentlich auch eurer Haustür. Vom 27. bis zum 29. September ist die DTM am Red Bull Ring in Spielberg zu Gast. Und da geht es heiß her. Es wird ein rot-weiß-rotes Spektakel mit Lukas Auer, Thomas Breining und Clemens Schmiel. Es sind gleich drei Lokalmatadore am Start. Und auch in der Meisterschaft geht es heiß her. Der Titelkampf zwischen Calvin van der Linde, Mirko Bottolotti und Maro Engel, der spitzt sich zu. Es ist ja schon das vorletzte Rennwochenende der DTM-Saison 2024. Das Ganze könnt ihr live erleben zu DTM-üblichen, familienfreundlichen Ticketpreisen. Und ganz wichtig, jedes einzelne Ticket enthält, egal welche Kategorie, auch gleichzeitig Zugang zum Fahrerlager. Wobei man sich da ohnehin fragt, wann hat man denn Zeit fürs Fahrerlager bei so viel Action auf der Strecke? Denn neben der DTM gibt es natürlich auch Rahmenserien, unter anderem das ADAC GT Masters und den Porsche Carriera Cup Deutschland. Und als wäre das noch nicht gut genug, gibt es natürlich noch eine Fanzone. Da gibt es reichlich Unterhaltung für die Kleinen, aber auch für die Großen. Es gibt eine Eventbühne mit DJ und ihr könnt euch natürlich auch Autogramme holen bei Mietedrivers. Da sind die DTM-Stars höchstpersönlich zu Gast. Tickets gibt es unter www.redbullring.com. Viel Spaß am Ring. Jetzt geht es weiter mit der Formel 1. Zurück zum spektakulären Rennen in Baku. Und dieser Unfall hat bedeutet, dass George Russell zum Podium gekommen ist, wie die Jungfrau zum Kind und dass dahinter natürlich auch alle aufgerückt sind. Unter anderem Lando Norris auf Position 4. Wir dürfen nicht vergessen, der ist von Platz 15 losgefahren, hat profitiert von zwei Regelverstößen. Einerseits Gasly nach hinten versetzt worden, aus der Boxengasse starten müssen nach der Disqualifikation. Dann Hamilton, auch noch Motor getauscht, musste dann auch aus der Boxengasse starten. Deswegen hat er da schon zwei Positionen gewonnen. Aber er ging immer noch neun Plätze hinter Max Verstappen ins Rennen. Und am Ende ist er einen Platz vor Verstappen ins Ziel gekommen. Hat damit drei weitere Punkte in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf Verstappen aufgeholt. Es sind aber immer noch 59 Punkte, die der Weltmeister aktuell vorne liegt. Aber für Verstappen war das so. Ja, auf der einen Seite konnte er zufrieden sein, dass er nicht noch mehr verloren hat. Am Anfang des Wochenendes sah es vielleicht ein bisschen danach aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich bitter, wenn er neun Plätze vor seinem ärgsten Titelrivalen startet und am Ende einen Platz hinter ihm ins Ziel kommt. Lando Norris, der hat trotzdem noch gehadert. Das war das bestmögliche Ergebnis für ihn. Super gelaufen am Ende des Rennens. Trotzdem hat er immer noch gehadert mit der gelben Flagge. Meinte, das war einfach unfair. Teamchef Andreas Deller hat es akzeptiert. Er meinte, okay, er versteht, wieso es da jetzt gelb gab. Sei es drum, ist eine andere Diskussion. Kommen wir zurück zum Rennen. Und Max Verstappen hat gesagt, es war gar nicht so überraschend, dass jetzt der Norris da vor ihm gelandet ist. Denn zwei Faktoren haben sein Rennen wirklich zum Worst Case gemacht. Zum einen das Setup. Über das haben wir gestern nach der Qualifikation schon gesprochen. Man hat sich verpokert. Man hatte eigentlich ein ganz gutes Auto. Nach dem dritten freien Training wollte das gute Auto noch besser machen. Ist dann Schritt zu weit gegangen und hat quasi das Setup komplett vermasselt. Ihr wisst alle, so wie man ins Qualifien geht, geht man dann auch ins Rennpark für Mehrregelung. Deswegen konnte man da keine Wunder erwarten. Genauso war es auch bei Verstappen. Konnte am Start zumindest noch Russell überholen. Aber dann ist er nach dem ersten Stopp hinter Albon und hinter Norris rausgekommen, die ja auf den alternativen Strategien waren. Die sind auf den harten Reifen gestartet. Und Verstappen konnte an beiden nicht vorbeigehen. Das hat sein Rennen dann wirklich zerstört. Dadurch ist Russell auch wieder vorbeigekommen. Später hat dann Norris noch einen Boxenstopp eingelegt. Ist auf den frischen Medium Reifen sofort wieder richtig schnell an Verstappen rangefahren. Konnte ihn dann überholen und somit also zu erklären das Ganze. Besonders bitter ist die Geschichte für Max Verstappen. Weil er eigentlich dann nur einen Punkt auf Norris verloren hätte, hätte es nicht den Unfall von Sergio Perez und Carlos Sainz gegeben. Denn das Ganze war ja in der 50. Runde. Das heißt, es gab noch Runde 51 und Runde 52. Und Verstappen wurde in Runde 50 von Norris überholt. Konnte dann direkt danach in die Box, fand einen kostenlosen Boxenstopp einlegen. Hat keine Position verloren. Und wollte natürlich am Ende auf der letzten Rennrunde noch die schnellste Rennrunde fahren. Die gehört bis dahin und am Ende dann immer noch Lando Norris. Und das Problem war, dann gab es den Unfall. Und dann gab es gelbe Flagge erst. Und dann gab es ein VSC. Und dann konnte Max Verstappen diese schnellste Runde eben nicht mehr fahren. Und somit, statt selbst den Extrapunkt zu kriegen, hat ihn dann Norris bekommen. Deswegen nur einen Punkt eigentlich verloren. Aber zwei Punkte auf den ärgsten Titelrivalen. Also ganz bitter gelaufen für Max Verstappen. Trotzdem ein bisschen glücklich ist er auch, weil es nur drei Punkte insgesamt war, die er verloren hat an diesem Wochenende. Und weil Sergio Perez ja gezeigt hat, dass mit diesem Red Bull, mit dem neuen Unterboden, wenn man das Setup hinkriegt, dass man dann durchaus wieder sogar um Siege kämpfen kann. Ja, wir haben es gerade angesprochen. Am Ende gab es gelbe Flagge VSC nach einem heftigen Unfall. Und jetzt fragt ihr euch einen Moment mal, wenn der Unfall so heftig war, wieso gab es dann nur gelb? Wieso gab es dann nur VSC? Diese Frage stellt nicht nur ihr euch, sondern auch die Fahrer. Vor allem vom GPDA-Präsidenten von George Russell gab es heftige Kritik daran. Er meinte, er ist dann nur noch in eine Wand aus Carbon und Staub gefahren. Dazu kam noch die Sonne, die tiefstehende Sonne. Er hat nichts mehr gesehen. Und er war schockiert, dass die Rennleitung dann nicht sofort das Safety Car ausgerufen hat. Er war nicht der einzige. Unisono haben sich die Fahrer eigentlich dafür ausgesprochen, sowas muss sofort ein Safety Car geben. Gab es aber nicht. Warum? Ein oder andere meinte sogar, es hätte rot geben müssen. Rote Flagge wäre eine Rennunterbrechung gewesen. Die war nicht nötig. Man konnte ja relativ gefahrlos, zumindest noch an der Unfallstelle vorbeifahren, auch wenn da relativ viel Splitter lagen. Es war eh klar, das Rennen wird nicht mehr freigegeben. Das heißt, selbst wenn sich jemand einen Reifenschaden einfahren würde und der Rennspeed geht es danach sowieso nicht mehr. Also von dem her war die rote Flagge nicht zwingend notwendig. Jetzt kann man sagen, ein Safety Car war auch nicht zwingend notwendig, denn bis alle Fahrer auf das Safety Car aufgelaufen sind, bis dahin haben sie ohnehin die Geschwindigkeit des VSC drauf. Weil bis ich das Safety Car einhole, darf ich ja nicht weiter Vollgas geben, sondern muss die VSC-Zeiten zumindest einhalten. Das heißt, es hätte eigentlich nicht viel geändert und einen Restart sollte es sowieso nicht geben. Also war das gar keine so falsche Entscheidung. Wenn es eine falsche Entscheidung gab, dann war es die, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die VSC-Phase ausgerufen wurde. Es gab erst mal nur sehr, sehr lange doppelt gelb und dann gab es erst VSC. Und das war natürlich schon heikel, weil einige Fahrer noch an der Stelle vorbeigefahren sind unter doppelt gelb. Nico Hülkenberg hat es ganz bitter erwischt. Der hat sogar noch zwei Positionen deswegen verloren. Der ist da durchgefahren unter doppelt gelb, ist vom Gas gegangen und dachte, okay, jetzt kommt sowieso Rot oder Safety Car oder zumindest mal VSC. Ja, das kam nicht. Dann kam tatsächlich ein grünes Pendel hinterher und er hat ein bisschen spät geschalten. Lewis Hamilton direkt hinter ihm. Der hat rechtzeitig geschalten, ist dann innen vorbeigegangen. Oli Baermann ist noch mitgeflutscht. Ganz bitter für Hülkenberg, weil er kurz davor erst noch einen Fehler gemacht hat und die Position an Colapinto verloren hat. Also der hätte durchaus Big Points machen können. Nico Hülkenberg, dann eigenes Verschulden, dann noch ein bisschen Pech in dieser Gelbphase und vielleicht nicht ganz fair von Hamilton und Bärme, wenn man sich das so anschaut, weil eigentlich, als die beiden durchbeschleunigt haben, war er noch gelb. Aber bitter gelaufen, die Rennleitung, die wird sich auf jeden Fall erklären müssen beim nächsten Fahrerbriefing dann in Singapur, denn es gab wirklich viel Kritik. Auf der einen Seite berechtigt, weil es wahrscheinlich zu spät kam, die VSC-Phase. Auf der anderen Seite, naja, so viel anders wäre es nicht gelaufen, hätte es ein Safetyer gegeben, statt einem VSC. Jetzt bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Zum Rennen, zur Rennleitung und vor allem auf eure Fragen in Richtung Christian Danner, denn wir haben ja wie gewohnt nach dem Rennwochenende das AVD Motorsportmagazin mit unserem Experten Christian Danner. Wenn ihr eine Frage habt, runterschreiben in die Kommentare unter dem Hashtag Ask AVD.